So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokemon Go. Wir haben gerade hier den Capofala Raid gemacht. Ihr habt an diesem Zaun gehangen. Dann haben wir hier gezeigt, das war die Arena. Das war das Holzwildschwein, wer es nicht gesehen hat, mit Eiern hinten dran. Wir, Dicke Kondom, was habt ihr mit dem Schwein gemacht? Ich hoffe, ihm geht's gut. Wir müssen jetzt wieder irgendwie hier runter. Immer noch im Wildgehege, denn vorne an der ersten Arena, an der Holz-, an der Wildarten-Tafel, so heißt das, genau. An der Wildarten-Tafel geht jetzt nämlich ein Mega-Guard-A-War-Raid auf, den wir auch als Community-Raid machen wollen. Da lade ich wieder zehn Leute ein. Es ist immer noch seit 10 Uhr das Valentins-Event aktiv. Jetzt seht ihr, wir schmieren uns jetzt hier lang durch diesen Rundweg ums Wildgehege rum, melden uns dann gleich vorne von dem Ding und schauen mal, wen wir einladen. Kondas sind eigentlich die gleichen wie bei Capofala. Nehmt Stahl. Nehmt Stahl, nehmt Meta Gross-Armee. Nehmt nicht Carsten Stahl. Das hat mir mein ganzes Team eben gekostet. Wer nicht weiß, was ich meine, guckt euch halt den Capofala-Community-Raid an. Ansonsten laufe ich jetzt davor. Seht ihr einen wunderschönen See, der teilweise zugefroren ist. Und ich merke schon, die Idee, die Handys in die Tasche zu packen, ist nicht gut. Die schleudern hier hin und her. Ich will noch kurz bis zur Eule laufen, dass wir die Eule wenigstens auch nochmal drin haben. Das ist die Eule. Guckt euch die Eule an. Und jetzt erstmal zum Eingang und dann kurz gucken, wen wir einladen. So, wir sind jetzt hier angekommen. Hier vorne ist der Eingang eigentlich. Eigentlich hier direkt der Eingang ist die Arena. Aber hier seht ihr nochmal die Tiere. Hallo Tier, wie geht es dir? Magst du mal schnüppeln? Du bist ja gar nicht scheu. Die anderen gucken auch total bedröppelt. Das ist doch schön. Guckt es euch an. Es wird immer matschiger hier. Das Reh trinkt aus dem Fluss. Wir müssen euch jetzt aber irgendwo hier hinhängen oder aufstellen, dass wir den Raid machen können. Ich glaube, ich hänge mich einfach wieder hier an die Tiere. So, jetzt habe ich gerade gesehen, auf dem kleinen Account ist sogar auch ein Glücksfreund aufgetaucht. Nämlich der Poga-Handa. Und ich habe gesehen, den Xiaomi habe ich zwar eingeladen, aber der war gar nicht dabei eben im Raid. Das sieht zwar richtig doof aus jetzt auf der Kamera, wenn die Sonne hier so rein platzt. Aber ich bleibe trotzdem einfach hier stehen. Gehe jetzt mal hier auf den Raid drauf. Achso, ich muss ja noch zeigen, wen ich einlade. Okay, Moment. Ich habe mir gestern extra den Pass von gestern aufgehoben. Also heute habe ich mir gestern, den von gestern habe ich mir für heute. Da habe ich mir aufgehoben. Da habe ich dann, dass ich heute zwei machen kann. Wir haben nämlich Mega-Guard-A-War, hier Infotafel, sonst was. Gehen wir runter. Wir haben Miku, Mazofix, Poga-Handa, Dreh-Nasse-Ab, Sicaro. Und dann Chefe, Bad Hat, Methodios, Pizza-Boote-Zeus, Zimt-Stern. Grüße an 1, 2, 3-Kid und den Rest. Der Xiaomi ist auch wieder dabei. Der hat gleich drei Kommentare für einen Kommentar gemacht. Das finde ich sehr gut. Jetzt ist hier, was ist denn? Nein! Ja, komm zurück. Der rennt einfach weg. Eierbrüten ohne Spuf. Richtig genial. Es ist halb. Ich gehe drauf. Ich gehe auf Gruppe erstellen. Ich gebe gelb. Vogel brennt ein. Wir gehen in den Raid hier so. Methodios, Zimt-Stern, Pizza-Boote, Chefe, Bad Hat. Und hier drüben haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Hey, Mazofix hat sogar wieder angenommen. Den, Grüße an Mazofix, wenn du das siehst. Dich habe ich letztens gelöscht, weil ich meine Liste wieder voll hatte, Platz gebraucht habe. Und ich gedacht habe, okay, Mazofix wüsste ich gerade gar nicht, falls wir mal lucky werden oder so, wo ich den erreiche. Wie ich den anschreiben kann oder sonst was. Und dann lösche ich immer in aller erster Linie beste Freunde raus, zu denen ich jetzt nicht so den krassen Bezug habe, bevor die dann irgendwann irgendwo rumgammeln als Glücksfreunde und man einfach nicht tauschen kann. Weil das wäre eigentlich doof. Jetzt stört mich die Sonne aber trotzdem ein bisschen. Jetzt sollte ich mich weiter darüber stellen. Das probiere ich jetzt mal nochmal aus. Ich ziehe euch mal hier ab an dem Zaunstück. Weil hier ist eh alles matschig. Wir gehen mal hier rüber an der Futterstelle vorbei. Hier ist es vielleicht nicht ganz so matschig. Nein, nicht ganz so sonnig, wollte ich sagen, oder? Das sieht im Prinzip genauso aus. Vielleicht direkt hier neben der Futterstelle. Da bin ich wieder zu dunkel. Ich glaube, ich stelle mich einfach wieder dahin, wo ich gerade war. Das muss schon passen. Da ist halt alles dreckig. Es sind eh noch 27 Sekunden. Ich hänge euch einfach wieder da dran. So, super, dass wir jetzt hier so einen Teil haben, was wir einfach überall dran zimmern können. Perfekt. Jetzt muss ich das nur wieder aufheben. 14 Leute sind drin. Also ich habe 10 eingeladen. Wir müssten 12 sein. Zwei Fremde. Grüße an die Fremden, genau. Zwei Stück müssten es sein. Hier haben wir jetzt unsere Meta-Grossarmee. Großarmee wieder am Start. Mega Gardevoir müsste sogar zu zweit gut machbar sein. Also ist natürlich doof, den zu zweit zu machen, weil man dann sicherlich länger braucht und weniger Energie bekommt. Und ihr wollt ja bei einem Mega Raid eigentlich das Maximum an Energie rausholen. Das Maximum sind, glaube ich, 225. Das niedrigste 175. Vielleicht sagt ihr auch, der Unterschied ist eigentlich egal. Ist gar nicht so brutal. Ich brauche eh noch einen Schein. Ich brauche eh noch ein Gutes. Ich brauche eh noch sonst was. Dann könnt ihr da ruhig mit zwei Leuten versuchen, immer das Ding niederzuknüppeln. Wir sind jetzt auch fertig hier nach 40 Sekunden. Aber ich habe gar nicht hingeguckt. Die 100%-Werte weiß ich gerade auch nicht. Aber das fängt man ja eigentlich eh. Capufala lässt sich sicherlich schlechter fangen als ein Mega Gardevoir. Wir drücken hier einfach wieder durch. 225 Energie gab es. 16,98 und 17,49. Ich glaube, hier würde es sich lohnen, sogar mal beide zu fangen. Ich brauche keine Bonbons. Deswegen nehme ich jetzt mal eine goldene Himi-Beere dafür. Ich will einfach nur, dass er schnell drin bleibt. So. Hat ja auch seinen Community Day gehabt. Gibt es bei Events immer relativ oft und häufig. Und gefühlt lassen sich die Mega Raids sowieso fangen wie ein Dreier Raid Boss. Ich habe jetzt hier bei beiden was bekommen. Neue Gesamtgröße ist das Größte. Sieht genauso aus wie das andere, was das Leichteste und Kleinste ist. Naja, wir bewerten mal kurz hier. 10, 10, 12. Und das andere ist 15, 14, 12. Und jetzt wollen wir noch was machen, was wir immer machen, wenn wir ein Mega Raid haben. Ich möchte gleich mal mein bestes, stärkstes, größtes entwickeln. Ein männliches entwickeln, ein shiny entwickeln. Dafür gehen wir aber woanders hin, wo es irgendwie besser aussieht. Ich glaube vor zum Auto. Da kann ich euch da draufstellen. Nehmen wir einen Sack, wenn ich den finde. Sack gefunden, der liegt hier unten nämlich. Ich kann euch da reinschmeißen und wir sehen uns gleich nochmal zum Entwickeln wieder. So, wir laufen jetzt hier lang. Ich wollte eigentlich zum Auto, aber ich wollte euch nochmal schön den See zeigen. Also den Teich. Den Teich. Wildgehege. Alles zugefroren. Sonst sliden einmal die Enden drüber. Jetzt nicht. Wir laufen jetzt hier rüber zu dem Tisch. Habe mir überlegt, ich setze mich einfach hier an den Tisch. Einfach kurz das Ding noch hingestellt. Irgendwie so gemacht. So, bitteschön. Hier ist auch noch die Aufnahme drauf von dem Gardevoir, was wir gefangen haben. Und ich habe schon einen über eine Ferneinladung gemacht. Gebe ich zu. Gebe ich zu. Deswegen habe ich schon Energie für zwei und kann mir jetzt Gardevoir raussuchen. Klingt immer sehr gut. Und das Beste, was ich habe, also am besten ein Hunderter, ein Hunderter und ein Shiny. Und jetzt habe ich Glück. Ich habe hier nämlich eins zu Best Friend gemacht. Best Buddy. Auf Level 50 mit Best Buddy Badge. 100%. Das ist ein männliches. Und hier haben wir ein Shiny weibliches. Und das passt wieder perfekt. Denn wenn ich jetzt hier drücke, Megaentwicklung, kann ich ein weibliches Shiny entwickeln. Damit man das mal hat, wie das aussieht. Damit das im Megadex als Weibchen registriert ist. Und gleichzeitig kann ich dann auch das männliche Hunderter entwickeln. Und so mache ich das eigentlich immer. Ich mache immer mindestens zwei Raids von diesen Mega-Dingern. Damit ich das, ihr seht das hier, jetzt ist das so eingetragen. Weibchen ist fertig. Wir müssen noch Männchen machen. Sieht recht cool aus, dass das so eine blaue Mütze jetzt auf hat. Und einen schwarzen, einen schwarzen Rock. Ist jetzt auch schon recht stark, obwohl es überhaupt gar nicht wirklich gepusht war. Und jetzt sehen wir das hier als männliches. Machen hier die Mega-Entwicklung. Und das Teil kommt auf über 5000 WP. 5.101. Genau. 5.101. Das sieht auf jeden Fall auch brutal aus. Mega. Goddavor. Level 50. 100%. Drücken mal drauf. Es freut sich. Es zeigt seinen Glanz. Es hat Charme, Synchro-Lärm und Zauberschein. Passen die Attacken? Ich weiß es nicht. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. 100% Mega-Guarddavor Level 50. Der wird jetzt jeden Tag einmal entwickelt. Zur Not ein bisschen laufen. Oder halt, wenn mal eine einnäht und es gerade passt, dann halt nochmal einen mitmachen. Bis der auch wieder Stufe 3 ist. Das ist immer mein Ziel. Jedes Mega-Pokemon 100% Level 50 mit Best Buddy Badge auf Stufe 3 Mega-Entwicklung zu haben. Zack. Habt ihr auch eins Mega entwickelt? Habt ihr schon ein Mega-Guarddavor gemacht? Wie findet ihr das Pokémon? Schreibt es mir rein in die Kommentare. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.